Was haben die Autoren dieser Bücher gemeinsam? Richtig, sie alle haben in der Vergangenheit einmal den Literaturnobelpreis gewonnen. Der Literaturnobelpreis wird seit 1901 jährlich vergeben. Seit der ersten Verleihung haben insgesamt 116 Schriftstellerinnen und Schriftsteller den Literaturnobelpreis erhalten. Für die Auswahl der Laureaten ist die Schwedische Akademie verantwortlich. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach beherbergt sehr viele Archivalien zahlreicher Gewinner. Einige Exponate von ihnen sind in der Dauerausstellung des Literaturmuseums der Moderne zu sehen. Thomas Mann erhält 1929 den Literaturnobelpreis. Die Akademie verleiht ihm den Preis vornehmlich für seinen großen Roman Buddenbrooks, der im Laufe der Jahre eine immer mehr sich festigende Anerkennung als ein klassisches Werk der zeitgenössischen Literatur gewonnen hat, so die offizielle Erklärung. Als Vorlage der Handlung seines Romans Buddenbrooks Verfall einer Familie von 1901 diente Thomas Manns eigene Familiengeschichte. Seine Heimatstadt Lübeck ist ohne, dass der Name der Stadt ausdrücklich erwähnt wird, der Schauplatz der Handlung. Viele Nebenfiguren sind literarische Porträts von Lübecker Persönlichkeiten jener Zeit. In der Seele befindet sich unter anderem eine Fotoalbumseite der Manns. Das Foto ist auf einem Jahrmarkt in Südfrankreich entstanden, wo sie mit den Kindern Golo und Erika und befreundeten Ehepaaren für ein Illusionsfoto in ein Kulissenflugzeug steigen. Zum ersten Mal in ein richtiges Flugzeug steigt Thomas Mann im Juni 1935, als er von New York nach Washington fliegt. Der mit Thomas Mann befreundete Hermann Hesse gewinnt den Nobelpreis 17 Jahre später, im Jahre 1946. Der Großteil des Hesse-Nachlasses befindet sich im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Auch in der Seele befinden sich zahlreiche Exponate des 1877 im baden-württembergischen Kalf geborenen Preisträgers. Einige von ihnen werden in diesem Video vorgestellt. Auf diesem Bild ist Hesses Verserzählung Elise von 1901 zu sehen. Er greift hier zu einem Mittel, das er beibehalten wird. Er schreibt auf schon bedruckte Blätter und legt in diesem Fall ein Lückenbild aus den Stücken eines in vier Exemplaren zerschnittenen Kunstdrucks. Schreiben bedeutet bei Hesse immer auch Recycling. Es hilft gegen die Angst vor dem Weißen Blatt, da immer schon etwas da ist. Im Herbst 1908 beginnt Hesse mit seinem Roman Gertrud. Hesse schreibt dabei noch hauptsächlich mit der Hand, gegen Ende aber auch immer wieder mit der Schreibmaschine, teilweise sogar mitten im Text. Er meint, der Übergang von der Hacke zum Flug, von der Feder zur Schreibmaschine tut gut und regt an. In das Manuskript ist eine gedruckte Mitteilung über das Einstellen seiner Kritikertätigkeit eingelegt. Dieses Vorhaben hält Hesse aber nicht lange durch. Die beiden Bilder zeigen Hermann Hesse beim Nacktklettern am Walensee, 1910. Hermann Hesse stammte aus einer strengen evangelischen Missionarsfamilie und wuchs in einer intellektuellen Familienatmosphäre auf. Beide Eltern waren im Auftrag der Basler Mission in Indien tätig. Hesse Schaffenskrisen, die er oft hat, gehen mit der Suche nach sich selbst einher. Sie begleiten ihn sein Leben lang. Er geht daher auf Kur und auf Reisen, macht viel Sport und ist auch zu Gast in einer Lebensreformerkolonie, die sich um 1900 in der Schweiz niedergelassen hat. Als Hesse Ende Juli 1910 bei Amten unbekleidet eine Felswand quert, fotografiert ihn seine Frau Maria, die erste Berufsfotografin der Schweiz. Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so sehr schwer? Diese Worte stehen als Motto auf dem Titelblatt des Manuskripts von Hesses Roman Demian, rechts im Bild zu sehen. Hesse verfasst im September und Oktober 1917 innerhalb eines drei Wochen langen Arbeitsrausches seinen Roman Demian, den er 1919 unter dem Pseudonym Emil Sinclair veröffentlicht. Links davon sehen wir Hesses Zeichnung der Figur, die dem Roman seinen Titel gibt. Demian, eine Art Seelenverwandter, alter Ego oder Vorbild von Emil Sinclair, dem er während des Heranwachsens immer wieder begegnet. In Marbach befindet sich ein erster handschriftlicher Entwurf des Romans »Der Steppenwolf«, noch mit abweichendem Herausgebervorwort und ohne Traktat. Auch diesen Roman schreibt Hesse auf bereits beschriebene Papiere, zum Beispiel auf Kalenderblätter und Briefe. Sie bilden ein Collagenwerk aus Fundstücken aller Art. Mit seinem Protagonist, Harry Haller, hat Hesse somit mehr als nur die Initialen gemeinsam. Auch dieser dichtet im Roman auf die Rückseite einer Weinkarte. Hermann Hesse stirbt am 8. August 1962 mit 85 Jahren. In der Ausstellung ist seine Totenmaske zu sehen. Die jüdische Schriftstellerin Nelly Sachs ist 49, als sie 1940 mit ihrer Mutter nach Stockholm fliegen und der bevorstehenden Deportation entkommen kann. Sie wird dort bleiben. 1952 schwedische Staatsbürgerin und 1966 zusammen mit dem israelischen Schriftsteller Josef Agnon den Nobelpreis erhalten. Sie erhält ihn für ihre hervorragenden, lyrischen und dramatischen Werke, die das Schicksal Israels mit ergreifender Deutlichkeit interpretieren, so die Begründung des Komitees. In Stockholm beginnt sie damit, sich ein Drama auszudenken, das zeigt, was vor und nach dem Sprechen liegt, indem sie 1944 den biblisch rätselhaften Titel Abrams Erwachen oder Sehnsucht aus Durst gibt. 1950 dann Abram im Salz. Die auf dem Bild zu sehende Seite ist in der Seele ausgestellt. Günter Grass erhält 1999 den Nobelpreis, weil er in munterschwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat, so die schwedische Jury. In der Seele sehen wir dieses Exemplar der Blechtrommel, das Grass dem Leipziger Literaturprofessor Hans Mayer schenkt. Grass steckt den Wissenschaftler zeichnerisch in eine Blechrüstung. Meyer ist es gelungen, den Westberliner Schriftsteller Grass, der in der DDR als Pornograf und seit dem ungeheuren Erfolg der Blechtrommel als einer der wichtigsten westdeutschen Schriftsteller gilt, an die Universität Leipzig einzuladen. Ebenfalls in der Seele zu bestaunen ist ein Brief von Günter Grass an seinen Schriftstellerfreund Johannes Bubrowski vom 12. September 1963. Hertha Müller, die in ihren Werken die Folgen der kommunistischen Diktatur in Rumänien thematisiert, gewinnt 2009 den Literaturnobelpreis. Die Schriftstellerin, die mittels Verdichtung der Poesie und Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit zeichnet, so das Urteil der Jury, wird 1953 in der Volksrepublik Rumänien geboren. In der Seele ist ein maschinengeschriebener Brief von ihr zu sehen, den sie am 18. April 1988 an den Zeitherausgeber Rolf Michaelis schreibt. Die 34-jährige Hertha Müller, die am 1. März 1987 nach Jahren der Überwachung und des Reise- und Publikationsverbots aus Rumänien nach Deutschland ausreisen darf, schreibt Michaelis diesen Brief und demonstriert, dass ihr Blick auf die Welt gerade darin besteht, nichts für selbstverständlich zu nehmen. Der aktuelle Literaturnobelpreisträger aus dem Jahr 2019 ist der österreichische Schriftsteller Peter Handke. Der umstrittene Preisträger gewann die renommierte Auszeichnung laut Jury für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum Randbereiche und die Spezifität menschlicher Erfahrungen ausgelotet hat. Auch von Peter Handke befinden sich zahlreiche Exponate in unserer Dauerausstellung. Neben zahlreichen Notizbüchern beispielsweise auch das Typoskript zur 1975 erschienenen Erzählung Die Stunde der wahren Empfindung. Der Schriftsteller notiert hier auf jeder Seite das Datum vom 22. Juli bis zum 27. September mit einer längeren Unterbrechung im September. Pro Tag tippt er etwa eine Dna4-Seite. Handkes Verleger Siegfried Unselt feiert 1974 seinen 50. Geburtstag. Drei Tage vor Unselts Geburtstag, am 28. September, schließt Handke die Arbeit an seiner neuen Erzählung Die Stunde der wahren Empfindung ab, deren erste Sätze er für Unselt um Zeichnungen ergänzt. Das Geschenkschmuckblatt kommt an. Unselt bedankt sich bei Handke am 3. Oktober mit den Worten Lieber Peter, du hast mir ein bewegendes Bild gezeichnet. Eine Geschichte, in die man hineingezogen wird. Und Zeichnungen, die diese wahre Empfindung illustrieren. Das ist ein richtiges Kunststück. Ich gratuliere dir und mir. Nimm meinen herzlichen Dank. Ich werde diesen Text und diese Zeichnungen immer wieder vornehmen und mich da hineinbegeben.